das spiel macht auch spaß wenn man reingefunden hat in das spiel macht es ultra spaß ilo weiß dass ich glaube ich reingefunden habe wie knapp das war ich weiß noch nicht wo ich mich genau ich bin ich bin ich hier richtig ich setze ich setze ein kundeservice von der telekom ich bin was ich habe jetzt vielleicht zu sein wenn wir nicht haben wir das er braucht eine stunde ach so ja da kommt er jetzt einfach raus darf ich euch mal erzählen was dabei mal erzählen was heute bei mir passiert ist ich war heute bei meinen eltern und bin dann so gegen 17 Uhr nach hause gekommen und um 17 uhr es ist richtig abgegangen ohne witz mein nachbar hat irgendwie gedacht keine ahnung er wäre der gott der welt oder hat irgendwie eine hausparty geschmissen und den ganzen innenhof bescheid weißt du auch nicht wie laut das war björn wo bist du dort 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 ist ja aber ich schieß doch nicht thomas warum hast du nicht geschossen du musst nachladen wie viele feste sind hallo 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 wie viele feste sind jetzt kaputt 2 von 2 äh 2 von 4 3 von 2 3 von 2 4 jetzt wieso was hat denn da geht wenn das das golden bullet. Das war so schwer, ne? Ja, was machst du da? I got, I got this! Go Thomas! Go Thomas! Go Thomas! Björn! Jetzt geht es doch auf Björns und Retscher, Alter. Jaaaa! Der Revolver ist zu stark für die Waffe vom Sniperraum. Oh, zweite Runde von Thomas. Digga! Ich weiß nicht, ich renne rein und Ilo schießt erstmal los, Mann! Ey Alex, was geht ab, Bruder? Ich mit nem Push? Was suchen so? Ich dachte grad, ich wär am falschen Fenster. Ach nee, ich bin auch am falschen Fenster gewesen. Ich bin im falschen Film hier. Was schon immer. Zählen die Fenster, die zu betoniert sind, auch? Jörn, die weg. Ilo? Also du missest. Ilo? Ilo? Was? Mir war der Arschling. Okay. Alex, komm her. Was denn? So, es geht los, ne? Ey, was? Okay. Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Warum immer ich? Alex, geh da raus jetzt! Warte! Wow. Wow, Alex. Wow. Bist du eigentlich geisteskompletter zurückgeblieben, oder? Stille. Stille. So, ich bin jetzt Attacker, meine Damen und Herren. Ich fahr außen rum mit der Drohne. Okay, Ilo, mal ein bisschen greifen. Meiner ist nur einen höher als Alex. Also von daher. Ja, ich wohne aber auch weiter weg. Willst du mich greedy machen? Lalalala. 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 Lalalalalala. 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 Alles klar, Ladies. So, habt ihr alle ein Fenster? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? So, ich bin jetzt der Attacker. Mal gucken, welches Fenster nehmen wir uns? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sag mal ne Zahl. Äh, 39. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Digga, halt die Fresse. Sag mal ne Zahl. Vier. Eins. Vier. Vier bin ich. Nein, nein, nein. Eins, ein. Ey! Björn, mach's gut. Ich treffe ihn nicht! Ich steh nur so durch die Wand, wie er das macht. So hoch und hoch und hoch und hoch und hoch. Maaaan! So. Endlich. Eins war die, eins war die andere Zahl, ne? Oh! Zwei Fenster, zwei Tode. Wenn Marcel aus auf Amo geht. Tode. Oh, Thomas. Drittes Fenster und jetzt hab ich noch ein Fenster offen für Ilu. Ja, das ist halt immer das schwierigste Film, das letzte. Eine Chance von 33% Ilu zu treffen. Periode. Nein! Nein! Aaaah! Komm, Ilu darfst dein Fenster nicht wechseln. Nein! Was? Du darfst dein Fenster nicht wechseln. Ehrlich. Ehrlich. Hat keiner gemacht. Hat auch einer, glaub ich. Ja. Was, ey? Ja, es war auch Ilu. Das ist Abwachsfenster. Ich wollt erst oben, ich wollt erst oben hinschießen. Das, das muss ich sehen nicht. Er, er sieht sich gar nicht. Er sieht sich auch nicht. Also von daher. Doch, da ist er. Wenn du rechts mal vorbeiguckst. Alter, Marcel. Der ist ja peinlich. Ey, ich kann ihn nicht sehen. Ja, geht zum anderen. Achso, warte, ich muss weiter links rüber, wegen der Mauer, ne? Einen links von dir, Marcel. Da ist er jetzt. So, pass auf. Pass auf. Trick 17. Boah, denn die Mütze, ey. Aaaah! Erst, ich bin der Erste, der die Runde so gewonnen hat. Nein ich hab die doch auch gewonnen. Nein. Einmal nicht. Ich hab sie runter gewonnen, einmal nicht. Stimmt einmal hat er gewonnen. Alex hatte 1-1. Stimmt stimmt stimmt. Ist das mal oder was? Sorry, ich hab nichts gesagt. Na 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 na. So ok. Na 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 na. Noch noch nicht. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Seid ihr alle bereit? 1, 2, 3. Dein Leben ist vorbei. Wessen? Hab ich grad nicht gemerkt, wie du meinst. Nee, oder? Oh, nö. Die beiden einzigen Fenster. Zwei von vier. Ja, dann ist das hundertprozentig einer. Oh, man. Mann! Siehst du mich? Hä? Äh, drei Fenster, oder? Digga, stirbt man jetzt! Ich hab vielleicht keine Muni mehr. Oh, und da hat er die gasiert. Jetzt noch ein Fenster. Hast du den Sandback geschossen? Nee, eine gewählt. Ja, da ist er still. So, Ilo und Björn, ich warte auf euch. Komm, fick den, Ilo macht den. Ilo macht den. Nein! Ich hab Ilo sogar getroffen. So eine Scheiße. Hast du gerade... Digga, ich bin gerade drauf zugelaufen wegen der Shotgun. Okay, alle bereit. Los geht's. Was ist das jetzt für ein Alarm? Digga, Alex, gut gemacht. Oh nein! Björn rennt über die halbe Map und stirbt. Er hat noch einen abgeben. Oh, und so. Ich hab von unten auf ihn geschossen und ihn nicht... Oh. Ja! Es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Du hast auch nichts abgeschossen! Was hast du? Hast du? Hast du gerade mit der Digga jetzt geschossen? Hast du das letzte? Was ist das letzte? Oh, was ist das letzte? Was ist das letzte? Was ist das letzte? Was ist das letzte? Nein! Aber das Ding ist nicht Sache, ich hab ihn von unten abgeschossen und... Entschuldigt genau Alex! Das war richtig gut! Richtig gut! Ich hab SMG, egal. Scheiß drauf. Spray, spray! Oh, ne Kontaktgranate! Achtung! Oh, du hast was unbexplodiert! Ey, Ilo, ich schwöre dir, du kriegst mich nicht! Warte, ich bin... Ich hab mich stoffelt! Ich hab mich stoffelt! Wer hat von euch nach Ranker genommen? Ich hab ihn auch zu sehen genommen! Ich wollte gerade zurück machen und dann konnte ichs nicht mehr! Ich drück halt Enter, dann war ich schon im Loading Screen! Marse! Weißt du das dumme ist? Weißt du das dumme ist Marse? Du kannst durch das Schild schießen, ne? Nein, du hast halt los von geschossen! Hä? Was meinst du? NEIN! Du kriegst mich nicht! Du schießt... du schießt gegen das Kalender! AAAAAAAH! AAAAAAAH! Das geht nicht ab! Ich nehm... ich hol ihn... ich krieg ihn! Free Aim! Free Aim! Free Aim! Free Aim! Oh Scheiße! Gib alles, Ilu! Hä? He? 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 Du kippst mich, was er da macht! Digga, Ilu kriegst du ihn nicht? Ha ha ha... Bra 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 bra! Digga, könnt ihr euern Streit jetzt mal klären oder so? Ich darf doch zwei Stück aufmachen. Ey, nehm, nehm. Warte mal. Ilo, nimm die 6. Nimm die 6. Ich hab grad so unten rechts aufgemacht. Na, ok. Alter, Thomas. Ich würd mich raten, jetzt war 1 bis 3, was sagt ihr? 1. 1,5. Boah. Ja. Thomas, du darfst. Thomas, klatsch ihn, klatsch ihn, klatsch ihn, klatsch ihn, klatsch ihn, klatsch ihn. Ja, hat das super funktioniert? Ja. Alleine. Bumm. Boah. Voll auf die Birne. Oh, Leute. Dein Fuß hat voll gebrochen. Ich hab beide gebrochen. Ilo, der Gewinner des Abends. Danke fürs Zuschauen. Jungs. Jungs. Lasst bitte einen Daumen nach oben da, falls euch die Folge oder mal die etwas andere Folge gefallen hat. Ich werd ein witziges Best auch daraus schneiden. Und für mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö